ich kann bitte noch hier angeln oder soll ich warten ich kann noch ein köter machen so die drei eisen jetzt hier drinnen habe ich gerade verballert für hier hinten mal ausbessern damit wir dann dort das baumteil setzen können wieder ich gehe gerne noch mal unter wasser also wie gesagt stört ja nicht wenn du das mitten in der aufnahme sagt oder so wie gesagt wir sind keine 500.000 abo das sehe ich nicht so will wenn du irgendwas in der aufnahme sagt du ganz ehrlich was ich jetzt schon alles gesagt habe hört ihr mich noch ja aber ab und an leckst du mal besser gesagt beim pc wahrscheinlich weil du halt aufnimmt war meine vermutung ich kann nichts mehr abbauen ach du scheiße ja das war mein internet ich habe an 116 abhängig was ist da jetzt schon wieder los also ich bin auch bei vodafone und ich habe gerade aktuell ich muss mal kurz raus haben 25 ms 0 aus verständlichen gründen dann dürfte man dich aber gar nicht hören daco bei null doch bei null kann man nicht weil ich ihn host habe ich eine 0 ms verbindung auf jedenfalls vom server ausgesehen bei discord habe ich eine 19 ja das ist bei dir als standard die 19 bei null hat er einfach nur 0 ms ja köder ist schon wieder weg da ich bin jetzt eben mal rum geschwommen ich finde nichts mehr an schrott und erze habe jetzt aber trotzdem noch mal drei ärzte im gepäck da ist noch kupfer aber ich muss kurz regen wir sind noch mal zu nice machen wir das hier ok daco du kannst hier wieder so ein holz den gleichen setzen hast du dir die scharniere gerade angesammelt oder wer hat den unter ich habe gar nichts wir waren bei sechs scharniere drin ich habe keine scharniere ich dachte ich hätte nur 1 rausgenommen habe ich alle rausgenommen wie viele brauchst du nur 1 das problem ist ja gut ich brauche aber auch schrott wo sind unser ganzes zeug immerhin wie viel schrott brauchst du denn ich habe nämlich auch acht stück die brauche ich auch für die dinger hier ich bräuchte noch ein metall damit ich unter dem essensfeld noch das ding safen kann hier jetzt das wichtigste wirklich erst einmal gesaved hat jemand noch fasern irgendwie fehlt uns gerade alles ähm brauchst du Seile oder Fasern ähm vier Seile oder acht Fasern sechs Fasern warte vier Seile ganze Kriegner dann habe ich wenigstens wieder ein Beet mehr vier da sind noch mal drei es war nur eins aus versehen ey ich habe 20 Melonen im gepäck von den letzten zwei inseln Loll aber endlich ähm was habe ich denn am wenigstens wenn Ake kurz rausgeht naja mein PC läuft aber auch schon gut warm äh hi also ich wäre dafür dass wir das trinken immer wieder auffüllen Machen wir. Also wenn ich's getrunken hab, fülle ich's auch wieder auf. D'accord. Ja, mach ich immer. Warum? Nimm gerade was leer. Und ich hab auch aufgefüllt. Komplett voll. Es ist doch voll. Ja, weil ich's jetzt gerade aufgefüllt hatte. Also Standard ist es, wenn getrunken wird, wird auch automatisch wieder nachgefüllt. Weil man ja eh eh gleich dort steht. Ja. Obwohl ich glaub, bei der Maschine musst du erst komplett leerlaufen lassen, bevor es wieder komplett vollgemacht werden kann. Ich bin gestorben, bewegungsunfähig. Äh, wo denn? Habt ihr hier ein Bett irgendwo? Im Wasser. Ja, wir haben in einer Kiste ein Bett. Ja, wie ist Nico denn eigentlich gestorben? Weil wir haben das Bett nicht gesetzt gehabt. Ja, das Problem ist, ich wusste nicht, dass ihr ein Bett habt. Ich bin einfach komplett respawned. Hier, 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 Bett. Oh, Bett. Da. Eier ins Bettchen, ey. Oh Gott, ey. So ein Arschloch, ey. Ich wusste, dass ich die Muschel eingesammelt hab. Oh, jetzt muss ich erst mal hier meine 15 Lohn fressen. Kannst du sitzen hier nicht? Ja, hier unten war irgendwo noch Erzstein an der Wand. ich weiß aber nicht mehr den habe ich abgebaut den habe ich abgebaut okay hier unten ist noch was das was ich unbedingt haben will was benötigt wird es war kupfer ich habe die letzten zwei metallschrott jetzt eingesammelt unter wasser und noch einmal eine muschel für was auch immer wir haben zehn muscheln läuft so also wenn ihr wollt also falls ihr mit dieser könnt ihr mal selbst schauen diese roten früchte findet wäre ich euch sehr dankbar wenn die jemand findet die unterste ja aber da muss es ja dann einen direkten busch dafür geben wir sind hier sozusagen auf der busch insel vielleicht gibt es die ja auch wie wärs wenn wir einfach mal die roten blumen nehmen und die anpflanzen weil da kriegst du auch samen raus roten klum die slo für farbstoff soweit ich weiß ich weiß aber kriegst du auch immer samen aus hat schon recht aber hier gibt es keine roten auf der ich hab's mehr hast du da auch samen ja zwei stück sehen die so aus wie die bären ja heil schreift an nee der schwimmt vorbei also rote blume habe ich und rote samen ich mache die samen einfach hier in unsere samen gedöns mit rein ich habe gelbe sahen siehst du sicherheitshalber ich mache die blüten einfach mal in die rezeptkiste mit rein so also weiter oder noch ein weichen hier abpümmeln könnte es nicht mit einer schere könnte man mit einer schere vielleicht das suchen das ist für schafe den geld für die wolle ja auch weil die bären wie willst du mit einer schere aus einer blume bären rausholen das geht irgendwie nicht du kannst maximal den strumpf von der blume durchschneiden und dann hast du trotzdem die blüte ich suche nur nach keine ahnung was irgendwas wie muss irgendwie muss man die ja finden und da gibt es nur schere oder schaufel was wir nicht getestet haben und das schaue es kann auch sein dass man das auf irgendeiner größeren insel sieht wo man dann äh was war das da ist jemand ins wasser geplumpst ja da hat unter mir das weggeknabbert na dann ähm werde ich den anker ich paddel an der insel wieder vorbei ist oben jo reicht sehen tue ich jetzt auch gerade nix auf die entfernung ähm ähm oh äh was war das wie was war was nico nico der wirft mich mit lehm das war fast so ach so der wirft mich einfach mit lehm ne das war man 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 böses nico nein ähm ich brauch schon wieder Nägel ich sag nur so um zuzugehen dass du ihn mit steinen beworfen hast macht die sache nicht besser so oh mein gott oh oh ich hab schon oh oh diese anzeige irgendwie kann es sein dass wir früher viel viel mehr ähm schrott auf den inseln gefunden haben irgendwie bringt die mir gar kein schrott mehr das mach ich das mach ich doch zu nägeln um hier alles zu verbessern ach so stimmt ok ich brauch doch zwei nägel für eine verbesserung was weiß ich was er für die verbesserung braucht bisher war immer nur die rede von ein metall zwei nägel oh oh erhungenschaft erzielt intermedis bla 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 nein das ist mein süßer höchst du lachst 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 du l Weil es so heiß wurde. Ach, wir wissen doch, dass wir alle sehr, sehr heiß sind. Ja. Außer da. Das war jetzt meine Kampfansage. Dein Glück, dass er bei mir gerade gelegt hat. Nee, ist alles loch. Sind wir hier bei Tomb Raider oder wie? Nein. Nein. Ich bin so ein... Was bin ich? Das kenne ich mir alsjenige, muss ich sagen. Nico, guck mal. Du rechts, ich link das Fass, okay? Warte mal, du links, ich rechts, so. Nein. Nein. Vergiss es. Vergiss es. Hallo. Nein. Ich hab den nur auf gut Glück einfach so ausgeworfen. Ich wusste nicht, dass der erster Trip ist. Du bist so ein wunderbarer Herr. Ich weiß nicht, dass er mit der Leidigung ein paar Jahre erstattet. Ach, das ist mir doch egal. Ja? So, da vorne kommt doch schon das nächste Fass. Alter, sag das doch nicht laut. Ja, wieso? Ganz ehrlich, das war einfach nur, weil ich da rumstand. Guck mal, und drei weitere Fässer kommen von vorne. Ähm. Wo ist es da? Wo verzieh dich? Ja, jetzt hab ich jetzt fehl' mir Nägel. Eik, schau mal oben rechts. Antenna. Ein Antennylein. Ein Sprinkler. Und der Empfänger. Äh, Insel. Insel. Nicht nur Insel, Insel, Schrein, sondern auch wo. Ich seh, oh, ei, 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 okay. Oh, schön. Ich glaub, vielleicht haben wir jetzt... Äh, halt, halt... Hat er bei dir gerade aufgedeckt? Wer? Äh, Dari? Nö. Das ist, wie gesagt, nur bei dem Internet, Nico. Äh, das geht's ja mal im Internet, daran, weil ich den Ball noch die Aufnahme anhabe. Oh, Alter, ich hab 41 Planken. Dann kannst du ja mal die Öfen befeuern. Nee, ich verpiss mich jetzt. Ich geh jetzt nach Amerika. Oh, Eisen. Eisen. Ankerlichten. Der haut raus, also. Hat er schon. Niko, schmeiß mal kurz 20 Planken her. Bevor du runtergehst. Ich versuch euch wieder, einen Köder zu angeln. Danke. Ein Köder zu angeln? Ja, damit du nicht immer angeknabbert wirst von dem Hai. Komm, komm mal her, mein Süßer. Oder komm auch nicht her. Komm, komm, mein Süßer, ich will mir nur mal gerade kurz ein bisschen, oh scheiße. Komm, das schaff ich doch, das schaff ich, das schaff ich. Kannst du mich holen? Ich bin noch tot. Wo? Ach, da. Äh, im Wasser. Im Wasser ist gut. Ja, ne? Ich hatte auch in der Ortsbeschreibung eine Sex oder so. Ne, eine Sex nicht. Sex ist überhaupt nicht. Oh, ne, warte. Ich geh jetzt doch nicht ins... Bist du schon wieder tot? Ne, oder? Ich war schon auf dem Boot. Oh, Mann. Das ist der Vorteil, wenn man zwei Meter langes Kabel fürs Headset hat, man kann einfach durch den ganzen Raum laufen. Wo bist du jetzt? Ach, da unten. Ah, ah. Oh Gott, ey. So, auf ein neues. Ei, 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 das kann noch was werden. Ja. Besonders, weil ihr wahrscheinlich immer Essen braucht, oder? Wenn ihr neu respawntet. Äh, ja. Da hast du nur ein dritter Voll. Kein Wunder. Alleine diese zwei Aufnahmen sind 20 Hühnerkoin verschwunden. Ne, ich hab sie mir noch im Inventar. Ich weiß, was ich so eigentlich denke. Ach, scheiße, wieso nehm ich schon mit dem Typen hier auf? Wie ist das, habe ich gestern vor Jahren gesagt? Ich muss ehrlich sein, ich habe Ike gestern erst mal gefragt, bevor ich irgendwas geantwortet habe. Äh, ich hab dir gesagt, Darko, äh, du hostest, es ist deine Entscheidung. So, Nico, gehst du tauchen, ich werfe den Köder raus. Ich bin schon unter Wasser, hau raus. Au. Ja, hau du raus, because I must mir noch einen anderen Haken machen. Au. Bitte, ja, bitte, ich bin gleich down. Hau hoch. Du bist draußen. Gut. Knabbert da das Ding auch an? Oh, scheiße. Ich glaube noch nicht. Okay, ähm, 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 Alter, er legt mich am Arsch. Ne, er knabbert das an. Ja, aber ich bin fast tot. Ich hatte keinen Sauerstoff mehr. Ja, wow. Das Taplautika könnte man mal zusammenspielen. Geht nicht, gibt's nur Singleplayer. Dazu, ähm, gibt's ne Mod, ich weiß nicht, wie ihr mit Mods und so seid. Das hatte mir auch schon mal jemand erzählt, dass es da ne Multiplayer-Mod gibt, aber... Ja, das war nur noch Olaf. Ich will, nee, nee, das war, ähm, ein junges Mädel, das mir das mal gesagt hatte. Also doch, Olaf. Da enthalte ich mich jetzt einfach mal. Alter, was war denn das? Das war voll das Leggy-Lachen. Das weiß ich. Ja? Äh, du hast echt vollgeleckt gerade mit dem Lachen. Ähm, Köder ist weg. Okay. Yo, 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 yo. Hi, ich bin dein Freund. Wenn du's ihm so sagst, klappt's bestimmt. Ja, ich seh'n, komm, ich seh'n, komm. Haha, ausgedrückt, du Arschloch. So, äh, haben wir irgendwo Eisen. Willst du mal lachen? Ich hab sechs Eisen-Erz im Gepäck. Weil ich gerade gefarmt hab. Nee. Ach, da war noch ein Bolzen drin. Ja, ich hatte auch... Hau mal noch ein, äh, Dingens raus. Noch ein Foder. Wie denn? Aua. Für diesen Koda muss ich ihn mal erst angeln. Vor allem Koda. Für diesen Koda. Hat Nico gesagt, ich hab's mir übernommen. Er ist nur Koda, aber extra gesagt. Nein, hi. Oh, ich bin fast tot. Eigentlich hab ich mir vorgenommen, in dem Netzplay hier nicht zu sterben. Klappt ja super. Ne? Ja, und? Wie oft bist du jetzt schon gestorben? Zu häufig einmal. Also bestimmt öfters als ich in der ersten Aufnahme. Doch, in der ersten bin ich nur einmal gestorben. Das war jetzt mein zweites Mal. Ja. Und beim ersten Mal waren wir so, ähm, überfordert. Weil wir zu dem Zeitpunkt kein Raft, kann gar nichts hatten. Hä? Äh, ich krieg jetzt die Meldung bei Steam, dass ihr Raft spielt. Alles klar. Ich hätte das... Äh, okay. Ich hab Bild, äh... Game-Aufnahme. Deswegen sieht man das im Game nicht. Niko, das zieht nicht weiter. Das ist mich überfordert. Ihr seid echt alle in der Höhle geboren, oder? Irgendwann werden die Türen offen gelassen. Äh, nee. Das gehört sich doch so. Darko, Niko ist auf der Insel. Wollen wir mal abhauen? Das wär fies. Darko, beschütz mich. Wieso, er muss doch nur sterben, dann. Darko, lenkt den Hai ab. Ganz schnell, los. Sei eiferlos. Au, du sollst ihn ablenken und nicht zu mir locken, Darko, du Arsch. Äh, ich bin die ganze Zeit hinter ihm hergeschwommen. Au. Er ist leider schneller als ich. Scheiße, nur noch einmal und ich bin down. Ich hol dich nicht mehr. Doch. Ey, ich hab für uns Holz organisiert. Ich hab'n fast gelootet. Ich hab' 20 Holz da, Darko. Gut, ich hol dich. Oh, ich hab's geschaffen. So, jetzt kriegst du noch 15 Holz dafür, Edge. Also wahrscheinlich nur 15 hattest du, oder? Nee, nee. 55 hatte ich sogar. Jetzt hab' ich noch 40. Ich hab' einfach ringsum gelootet, die Bäume gelootet. Und das fasst jetzt dahinten, was im Wasser war. So, haben wir. Oh, oh. Ja. Baby. Ähm. Mein Schwer ist kaputt. Ja, ich. Wo? Arschloch. Ich wollte den. Äh. Nee. Gut. Ich brauch' Nägel. Alleine immer dies, ich brauch' dies, ich brauch' das. Ich brauch' jenes. Nee, Darko? Ja? Ja? Ich baue! Ja? Ich baue! Also, ich möchte... Darf ich mir was vornehmen? Wenn ich darf, ne? Würde ich anfangen, den Empfänger zu bauen. Da drinnen? Da drinnen? Okay, danke. Ich hatte doch alle, die ich hatte, da reingehauen. Darf ich? Darko? Ja? Darf er? Darf er nicht? Mir ist es Latte. Das ist deine Aufnahme. Mir ist es auch Latte. Mir ist sowas von Pups egal. Ja, mach' es, wenn du's kannst. Okay, wenn du's kannst, ist ne doofe Frage, weil wir schon seit 20 Jahren sind. Nee, warte schon. Nee, warte schon. Ach so, ja, gut. Nee, ich lade's einfach vorher hoch als Alk, und dann werden alle weg. Spoilers. Mimii, äh, nululululu. Nein. Ich sag' nur so, ganz ehrlich, selbst wenn du's machen würdest... Schaffen wir das? Ich hab' kein Paddel mehr. Schaffen wir. Wird zwar knapp, müssten wir aber eigentlich schaffen. Haben wir noch, äh, Flimmerpflanzen-Clubber? Ja. Wo? Hier. Drop mal. Ich hab's nicht. In der Kiste. Ach so. Ach da. Jo, danke. Du kannst es da herstellen, indem du Seetank einschmilzt. Äh, was kostet so ein Netz für Seile? Nein, nein, nein. Indem du das einschmilzt. Die Öfen sind rund um die Uhr besetzt. Dann müssen wir halt mal ein weniger benutzen, ne? Äh, ein... Ich brauche ein Metall-Bahn. Ich hab' keine mehr. Und eine Planke. Metall-Bahn musst du immer Glück haben, wenn du sie vor Eike erwischst. Sag' mal, du brauchst... Du brauchst... äh, Planken? Hattest du dich vorhin über 40 Stück? Ja, vorhin. Und was ist jetzt? 20 hat er mir ja gegeben. Und was er mit dem Rest gemacht hat, weiß ich nicht. Ich glaub, da baut sich wirklich heimlich ein eigenes Floß. Nächste Insel. Was? Nächste Insel. Was? Nächste Insel. Also findet man da auf jeden Fall noch mehr als genug Eisen wieder unter Tage. Ja, unter Tage fallen. Hä? Hä? Unter Wasser... Minecraft lässt grüßen da. Alter! Ich dachte, das ist so der bekannteste Minecraft-Spruch. Ich geh' mal unter Tage Erze farmen. Ja, aber hä? Wie? Ja, okay. Es ist eigentlich unter Tage. Es ist unterhalb des Wasserspiegels. Was man dann unter Wasser und nicht unter Tage nennt. Für mich ist das unter Tage und was das? Du willst dich einfach nur rechtfertigen. Wir haben das Empfänger. Allein das Empfänger, superdeutsch. Nö. Nö. Ja? Hab ich voll. Also Nico, bin ich ja nur bei mir? Äh, nee, nee. Ich muss immer mal wieder so nachfragen, weil ich hab das Schild von mir am PC. Äh, doch kann man. Den müssen wir dann dort aber entfernen. Ja, kein Problem. Müssen wir mal gucken, wo wir den dann hinhauen. Er fordert mehr Höhe. Muss weiter nach oben. Das Ding. Naja, ich darf ja noch nicht nach oben bauen. Doch, ich erlaub dir, dass du nach oben bauen darfst. Dann brauch ich ganz viel Holz und, äh, hier, Blätter. Dann ist mir egal, ich erlaube es dir trotzdem. Ey, jetzt lasst mich aufs... Ey, jetzt lasst mich doch mal aufs Boot! Sag mal, hallo? Ey, sag... Ähm, ich muss schnell paddeln. Sonst rasen wir an der Ente vorbei. Ey, 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 ey. Hier. Alles schön. Da. Was denn? Das wär ernst gemeint. Ey, paddel bitte. Ja, gleich. Arschloch. Klaut der mir ernsthaft das Ding, ey? Aua. Hahahaha. Hättest du's mir mal nicht geklaut? Hahahaha. Hättest du's mir mal nicht geklaut? Für die Leute, die fragen, ob ich Schrauch oder so, nein, tue ich nicht. Davon bin ich jetzt nicht ausgegangen. Ähm, Anka? Ne, äh, ich... 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 Ich war jetzt verdammt zuschauerlich. Wegen... Ich war im... Wegen dem... ...keucheligen Lachen, wenn man das so nennt. Keucheligen Lachen, allein das? Ach, das kann auch alles Mögliche sein. Asthma, Penis im Mund... Alles halt, ne? Na ja, ey. Okay. Ich muss im Mund gehen so plommisch jetzt ehrlich so aus. Ähm... Wohl? Hahahaha. Wer kommt da rüber? Hahahaha. Darko, wir kommen an den Baum nicht ran. Wer da rüber kommt? Doch, ich bin am Baum. Du Arsch. Hecker! Allein an... Allein an dem Baum, da sind ein paar mehr Bäume. Achso, lol. Da unten ist auch noch einer. Ups. Der gibt sogar Mangos. Falsche Richtung. Du musst so leicht verhaben. Achso, lol. Du wirst... Könnt ihr mal einfach nur testweise die Blumen immer abbauen, um zu sehen, ob man da vielleicht die Bären irgendwie raus... Hab ich auf der einen anderen Station gemacht. Da kam... Äh, nur Dings raus. Wieder... Blu, äh... Und... Okay. Na, hier, du weißt schon. Ich glaube, die Bären... Ist das vielleicht irgendeine Pflanze unter Wasser? Müsste man mal testen, ne? Okay, Darko. Dann bekommst du erst auf der... Wir hatten eben eine Notiz. Ja. Machst du mir ein schönes Süppchen, kriegst du von mir... 23 Holz. Wieso willst du ein Süppchen? Aber ja. Gut, das 23 Holz liegt dann in der Erzküste drin. Hier. Ja. Wirst du reißen, krank? Du sollst das zum Bauen verwenden. Ich hab immer noch 40. Ja. 17 Holz. Das ist ja alles rauswerfe, ey. Da wär ich ja... Na, schön bläden. so da ist ein teil wusstet ja nicht dass er aus der vierten person aus der aus der wenn ihr kommadrück warum bin ich schwarz ich habe mir ich freue mich habe in weißen skin ausgesucht warum bin ich schwarz nix also jetzt mal nix gegen schwarz aber irgendwie gerade rassistisch mir gegenüber du bist nicht schwarz du bist gebräunt ein jetzt schwarz ich will schwarz sieht komplett anders aus als wenn das für dich gebräunt ist es ist kein afrikaner der schwarze oder auch kein afrikaner ja wenn der heil mich noch mal anklabert bin ich tot der versuch das ernsthaft obwohl ich auf der insel stehe so ein arschloch hast du drei schrott für eine angel musste zu mir kommt ich hab vier schrott ich hab vier schrott ja da nico hat schrott aber ist die frage ob ich dir was abbringen sollte dann wirst du nicht angeknabbert vom heil ich würd's machen und außerdem ist das eure essensnahrung die ich dann so farme und warum ich erinnere mich die ganze zeit von dem hühnchen ehrlich gesagt von dem ich auch nicht mehr so viel habe von welchen Millionen sollte doch die Fünge davon lassen und von den Prozent das ist geil wenn nico legt